Applaus Wir haben also unsere musikalische Reise, fast würde ich sagen, wie es sich gebührt, mit Bach begonnen. Und ich möchte jetzt mit Ihnen diese Wanderung fortsetzen. Denn eine Wanderung kann manchmal lustig sein, sie kann traurig sein, sie kann alles Mögliche sein. Sie kennen wahrscheinlich das berühmte und etwas lange Klavierstück, die Wandererfantasie von Schubert. Ich persönlich ziehe das Lied der Wanderer von Schubert vor und sogar so sehr, dass ich es jetzt für Sie, fast hätte ich gesagt singen, für Sie spielen werde. Dankeschön. Applaus 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 Amen. 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 Danke, dass Sie den Beifall unterdrückt haben. Nach sowas ist das eigentlich ziemlich überflüssig.